Moin, ich bin Andreas Kröber. Ich bin seit 2020 Geschäftsführer der Turmsahne. Turmsahne gibt es seit 1949. Wir sind seit 1994 hier am Standort Westeränderweg und wir sind Spezialisten für Sterilmilch, Kaffeesahne, Kondensmilch, Milchmischgetränke und wir sind gerade dabei uns so ein bisschen jünger aufzustellen. Jünger, moderner, frischer und das zeigen auch unsere neuen Etiketten, unseren Relaunch, unserer Milchpause und wir haben jetzt auch ein Milchalternatives Sortiment in den Milchmischgetränken. Ein Haferdrink Natur, ein Haferdrink Kakao und ein Haferdrink Eiskaffee. Wir sind Spezialisten für Sterilmilch in Glasflaschen und das ist das Besondere bei uns. Bei uns gibt es nur Produkte in Glasflaschen und das ist eine besondere Premiumverpackung, sehr nachhaltig, traditionell, trotzdem modern. Unsere Produkte gibt es weltweit, aber wir lieben Oldenburg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.